Die Vergangenheit kann auch deutlich weniger hektisch sein, wie in Paula, einer Künstlerbiografie über die deutsche Expressionistin Paula Modersohn-Becker. Paula, ich glaube nicht, dass du eine gottbegnadete Künstlerin ersten Ranges wirst. Aber Frauen können keine Malerinnen werden. Ich kann es nicht erwarten, bis ich was kann. Etwas schaffen, was man selbst ist. Ich habe Angst, dass wir nie was verkaufen werden. Wir müssen mindestens so gut sein wie die da. Besser. Paula Modersohn-Becker war eine selbstbestimmte Frau. Damals um 1900 keine Selbstverständlichkeit. Der Film über sie ist etwas konventionell geraten, aber die Kamera liefert magische Bilder. Und Carla Jury gibt der Heldin ein charismatisches und glaubwürdiges Gesicht. Mein Leben soll ein Fest sein, Carla. Ein kurzes, intensives Fest.